Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So, hallo Leute, heute machen wir die Vorstellung von der Conny. Das ist die Rocco 78763 für die Wechselstromversion. Die 218 460-4, das ist eigentlich eine Leilog der Westfrankenbahn, die in verschiedenen BWs im Einsatz ist. Für heute machen wir den Einsatz im BW Kiel. Und zwar zeigen wir euch die Conny zusammen mit allen Funktionen, mit den wichtigsten Funktionen und dem Strandexpress 11448. Viel Spaß mit dem Film, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.